Unserem Haus konzentriert sich auf die Zielgruppe von 25 bis 49 Jahren. Programmdirektor Steve Blame und Kollegen werden euch ab morgen mit Musik verwöhnen und sie versprechen viele aufregende Programmentwicklungen in naher Zukunft. Und wir haben schon mal Mäuschen gespielt und sogar den ersten Clip rausgekriegt, der zum Viva 2 Sendestart über den Äther geschickt wird. Freut euch auf Tom Waits und I Don't Wanna Grow Up. Empfangen könnt ihr Viva 2 übrigens über Eutelsatz 2, F1 Transponder 22, Frequenz 11, 1.48 MHz horizontal. Alles klar und auf Sonderkarte.